Hallo meine Freunde und willkommen zu einem etwas anderen Video und zwar geht es darum, dass ja heute eigentlich ein Livestream war und der war ja plötzlich zu Ende. Ja, und das lag daran, dass der Strom ausgefallen ist. Kann man nichts machen, ist jetzt auch schon das dritte Mal in der Woche oder beziehungsweise das dritte Mal darin, dass der Strom ausgefallen ist. Hat dann auch immer über eine Stunde gedauert und jetzt stand dann natürlich trotzdem immer noch der Livestream drin. Hey, hallo, hier ist Livestream. Aber der Kollege hat sich jetzt gerade nicht so verbunden und naja, das lag halt daran, dass ich mich nicht verbinden konnte und deswegen, naja, sah es halt so aus, als ob ich Livestream würde, konnte aber nicht Livestream, weil der Strom ausgefallen war. Naja, so ist das eben. Kann man jetzt nichts machen. Ich wollte euch das nur nochmal in einem kleinen Video mitteilen und ja, dann würde ich sagen, ab morgen geht es dann wieder ganz normal weiter, wenn ich heute noch ein Video hochgeladen bekomme, wenn nicht schon wieder der Strom ausfällt. Und zwar wäre das, genau, Hausflippers. Da bin ich gedacht, wenn ich schon kein Haus bauen kann, weil Bildersimulator noch nicht da draußen ist, habe ich mir zumindest gedacht, ich renoviere die zumindest. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe sieben Folgen am Stück aufgenommen. Richtig coole Sache. Geht morgen los am Montag und ja, dann wünsche ich euch wie immer einen traumhaften Tag. Aber wenn ihr mal wieder schaut und bis zum nächsten Mal.